Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Heute geht es um eine ganz besondere Form der Mutterliebe. Denn eine frische Katzenmutter hat in dieser Geschichte so viel, dass es für mehr als nur ihre eigenen Jungen reicht. Wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mutter von Manfred Küber In einem Heukorb oben auf der Dachkammer lag eine Katzenmutter mit zwei Katzenkindern. Die Kinder waren erst vor wenigen Tagen zur Welt gekommen und sie waren noch sehr hilflos. Kleine Pfoten hatten sie, die immer ausrutschten und unverhältnismäßig große Köpfe mit blinden Augen, die sich suchend im Magenfell der Mutter vergruben. Sehr sonderbar sahen sie aus. Aber die Katze fand sie über die Maßen schön, denn es waren ja ihre Kinder. Das eine grau und schwarz getigert, wie sie selbst. Eine Schönheit also, wie man wohl ohne falsche Bescheidenheit sagen durfte. Das andere ganz der Vater, der bunt war, mit eleganten weißen Hosen und weißen Handschuhen und einem Tupf auf der Nase und der so gefühlvoll sang. Wie hatten sie beide so herrlich zusammen gesungen an den ersten Märzabenden im Garten. Zwei-Stimmig, viele hübsche Lieder. Sehr begreiflich, dass diese Kinder mit den kleinen rutschenden Pfoten und den großen Köpfen so prachtvolle Geschöpfe geworden waren. Nicht nur Katzen, was an sich schon der Gipfelpunkt ist, wie jeder weiß. Nein, Katzenkinder, wie sie die Erde noch nicht gesehen. Stolz reckte sich die Katzenmutter in die Höhe und betrachtete liebevoll schnurrend die kleinen Wunder ihrer Welt. Hier, diese angenehme Bodenkammer, schien übrigens in jeder Hinsicht der richtige Ort zu sein. Still und ungestört. Ein weicher, heu gefüllter Korb, warm und überaus geeignet für die ersten Kletterversuche. Viel Gerümpel ringsherum, voller Spannungen und Entdeckungsmöglichkeiten. Freundlich vom Maimond beleuchtet, der durch die Fenster lugte, weite Flächen zum Spielen. Und dann, welch ein berühmtes Mausrevier, welch ein weites Gebiet zur sachgemäßen Ausbildung der beruflichen Fähigkeiten. Ich sollte doch selbst mal ein wenig nach Mäusen sehen, sagte die Katze. Die Kleinen schlafen und eine Ablenkung würde mir guttun. Kinderpflege ist angreifend und mir ist auch so, als hätte ich einen beachtenswerten Appetit. Die Katze erhob sich vom Heulager, beleckte schnell noch einmal ihre Kinder und strich dann auf leisen Sohlen schnuppert an Kisten und Körben entlang. Es hatte doch, auch wenn man allmählich etwas in die Jahre gekommen war, immer noch etwas angenehm Aufregendes so nach Mäusen zu schnüffeln. Und jetzt? Raschelte da nicht jemand? Roch es nicht so erbaulich nach Mäusen? War das nicht der feine Duft? Unverkennbar für eine kätzliche Nase? Noch einige vorsichtige Schritte auf Samtpantoffeln. Nein, niemand machte ihr das nach. Und dann stand sie vor einem Mäusenest, in dem zwei kleine nackte Junge lagen. Bloß Junge? dachte die Katze. Da wären die Samtpantoffeln überflüssig gewesen, die können weder laufen noch sehen. Es lohnt überhaupt kaum zwei kleine Bissen, weiter nichts. Aber man kann ja immerhin, zur Stärkung sozusagen. Sie wollte zupacken, aber etwas in ihr redete. Sie können weder laufen noch sehen, ganz wie deine Kinder. Sie sind völlig hilflos und die Mutter wird wohl tot sein. Sie sind so hilflos wie deine Kinder, wenn du nicht da bist. Es ist wahr, dass es Mäuse sind, aber es sind kleine Mäuse, sehr kleine. Es sind Kinder, nicht wahr? Du weißt es, was Kinder sind. Es war die Mutterliebe, die redete, und in ihr redete die Allliebe, ihr künftiger Geist. Er kann nur reden in einer Mutterliebe, die sehr groß ist. So groß wie die Mutterliebe einer Katze, denn sie ist eine der Größten. Die Katze beugte sich herab, fasste die kleine Maus vorsichtig mit den Zähnen und trug sie in ihren Heukorb. Dann ging sie zurück und holte das andere Junge. Sie nahm beide an die Brust und säugte sie mit ihren zwei Katzenkindern zusammen. Die kleinen Mäuse waren schon halb erstarrt, aber sie erwärmten sich sehr bald im Magenfell der Katze. Sie waren halb verhungert, aber sie sättigten sich bald an der Brust der Katze. Sie fühlten sich völlig geborgen bei einer Mutter und ahnten es nicht, dass diese Mutter eine Katzenmutter war. Wie sollten sie das wissen? Sie waren blind und hilflos. Über ihnen lag schützend die krallenlose, weiche, samtdünne Katzenpfote. Die Katzenkinder wuchsen und die Mäusekinder wuchsen. Beide öffneten die Augen und das Erste, was beide sahen, war die gleiche Mutter und die gleiche große Mutterliebe. Sie waren Kinder und sie spielten miteinander. Und die Maisonne sah zum Fenster herein und spielte mit. Und sie wob einen goldenen Schein um den Kopf der Katzenmutter. Es ist dies eine wahre Geschichte. Sie ist nur klein und doch ist sie sehr groß. Es ward eine neue Welt in ihr geboren, von einem kleinen Geschöpf und einer ärmlichen Dachkammer. Es wird auch nicht immer so sein, noch lange nicht. Aber es ist ein großes Ereignis, dass dies geschehen ist. Die Gesetze der alten Welt sind stark und schwer, aber sie werden überwunden. Stufe um Stufe. Denn die Allliebe ist eine lebendige Kraft in der Seele dieser Erde. Langsam, sehr langsam wird die neue Welt aus der alten geboren. Und das geschah schon oft in einer ärmlichen Dachkammer. Und die Menschen wussten nichts davon. Die Menschen wissen so wenig. Und am wenigsten wissen die, welche am meisten zu wissen meinen. Sie wissen auch nicht, ob Tiere beten. Aber ich glaube, dass auch Tiere in ihrer Not eine Macht anrufen, die über ihnen ist. Und wenn die Katze bitten würde, die Mutter Gottes würde sie vor allen anderen erhören. Die Mai-Sonne wusste, was die Menschen nicht wissen. Denn sie wohb einen goldenen Schein um den Kopf der Katzenmutter. Danke fürs Zuhören. Wenn dir das Märchen gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier ein weiteres Märchen. Bis bald!